Wir gehen jetzt erst mal auf deren Schiff. Tatsächlich die erste Gruppe? Bist du auf deren Schiff noch? Nee, nee, ich geh jetzt dahin, ich schwimm jetzt dahin. Ich muss gleich Luft holen, sonst wir reparieren auch. Ich hab dir auf jeden Fall zwei, vielleicht dreimal mit einer Brandbarung. Party, du kommst darauf zu? Auch? Ach, ihr lebt noch? Nee, noch nicht, ich muss Luft holen. Ja, ja, wir leben noch. Boah, bitte überlebt, Alter. Weißt du ungefähr, in welche Richtung das war? Versuch's, ich versuch's. Ähm, wir sind bei... Oh Gott. Also wenn die jetzt an der Insel halten, dann kriegen wir die. Versuch, auf deren Schiff zu kommen und dann schnell auf die Karte zu schauen. Ah, die scheinen zur Insel zu fahren. Wird noch rum? Ja, die sind da, die haben gehalten. Ich brauche ungefähr eine Richtung. Ja, warte, wir müssen erst mal zum Schiff. Ja, ich bin da. Hauptsache, die knallen mich jetzt nicht gleich ab, wenn ich da hoch geh. Oh, ich wurde getroffen? Ja, ich wurde vom Hai gefressen, scheiße. Ich kann nicht gucken. Was ist das, wenn da ein Tor? Nee, nee, das ist dann, äh, die Schnittertruhe. Kann keiner von der Schiffkarte gucken irgendwo? Warte, die könnte vielleicht. Ja, warte. Aber ich werde das nicht überleben. Naja, ihr respawnt und dann fahren wir direkt da hin. Nee, das war's. Ja, okay, dann egal. Ähm, warte, warte, warte. Nee, nee, warte, wo haben wir Fotos hinzufahren? Alles gut. Du, zur Twin Isle. Alles gut, Mila. Alles gut, Mila. Do you split my sparkle? Ja, ja, ja. Aber Gigi, wir fern Gigi. Da sind wir. Very gut, very gut. Very gut. Very gut. Alles gut, Mila. Die brauchen wir gar nicht luten gehen, ne? Okay. Okay. Er hat auch Gigi geschrieben. Ich glaub, die sind auch happy mit dem Fight gewesen. Der ist auch. War auch schön. Die einen haben wir ja komplett auseinandergenommen, Alter. Warum setzt du Segel? Äh, weil ich dachte, wir fahren los. Ach so. Ich bin noch nicht da. Aber okay. Dann tue ich dir wieder hoch. Was ist mit dir, Alter? Habt ihr jetzt wieder ein Schiff? Ja, ne? Ich dachte einfach nur, wir fahren wieder los, weil du sagst, hier brauchen wir nicht looten. Hallo. 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 Kuckuck. Kuckuck. Die landet doch auf dem Schiff. Oh. Meine Freunde. Oh! Riech runtergefallen. Willst du noch looten oder nicht? Ne, hier brauchen wir nicht looten. Okay. Wir gehen jetzt zu einem Fort looten da. Wir brauchen ein Sprengfässer. ich hab halt mein inventar behalten herrlich drei und fünf feuer dinge links von uns ist ein fort in richtung südosten sagt bescheid wenn die seelung wir gehen nach rechts und nimm das nicht als meckern auf mila du meckerst immer das ist kein mecker ich habe nackenschmerzen ist kein meckern wir wissen mich schon wieder ruhig ok alles klar nach vorne segel hoch hinten segel können auch langsam hoch ja das ist ein galeone aber ich glaube das ist ein geister ding die leuchtet ja die leuchtet nicht wegen dem nebel da hinten deswegen kann ich jetzt gerade nicht sagen aber die segel sehen schon danach aus die sind jetzt so schwarz und glatterig oder zieht nicht nach einem geistes schiff aus meinst du sieht eher nach jemanden aus die leuchtet nicht kann auch der bläck springen und zwei springfässer holen dann gehen wir sofort weiter ja in tower da sind die dinge könnte mich gefährlich jetzt werden holt einfach zwei und kommt sofort wieder ja das wird reichen ähm wie viele kugeln hat man ungefähr immer am Anfang okay ich glaube das zweite hier bitte wir haben 51 das ist okay ja ich gucke hier mal eben nochmal ne das ist kein geisterschiff das ist eine galeone und da was ist denn mit meinem nacken los auf einmal aua hier gehen wir uns gezäunen vielleicht schaffen wir die zu ich bin auch schon drauf 5 leg die mal hinein oder sehe ich keinen runter ne wir kommen mit ich hab ein bisschen essen unten drin nicht viel aber so ich geh nach oben wenn ihr braucht oh sägel bis den kleinen Ticken nach links okay okay dann sind wir voll im Wind so ich geh jetzt auch wieder nach oben ich bin da äh es war schon im Wind hier okay ich bin im Wind ich geh hoch nein nein das sind einfach nur zu viele Ton wie ist die mit meinem Körper wie sägel wieder ein bisschen nach rechts ich bin oben oh mann kommst du oder soll ich runter kommen sag mir wenn ich runter kommen soll nein nicht nach links ja ich guck grad er fängt den Wind nicht ne muss ich so lassen wir müssen nach links fahren weil die fahren auch nach links na na ja passt 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 dann sind wir straight auf dem Rammer ihr müsst geht nach oben und springt mit den Sprengfestern dann runter ja ja ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit zündet das schon oben und springt dann rüber wie zündet man das? ich hab das Ding noch nicht linke Maustaste linke Maustaste genau und wo am besten ich bin runtergefallen schon wieder oh mein Gott komm ich leg ab ich leg ab ne ne kann ich nicht hack die ein hack die ein wo lass ich das Ding am besten probieren ja hack die ein gut 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 hab die hab die hab die die schießen jetzt auf uns oh nein nimm deinen Springfass rüber 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 nein oh Gott wir haben auf unseres geschaffen du hast die getroffen ja die haben aber auch auf unseres geschaffen also ihr müsst gucken nach unten einen habt ihr erledigt der ist hier unten ah ich hab auch einen Katz du musst reparieren jetzt ich bin tot achso okay du hast dich halt genau wieder treffen lassen wo bist du denn ja aber ich bin runtergefallen ich bin rübergegangen hab einen getötet ich bin runtergefallen ich hab nichts tun können aber die sind auch getroffen ja von denen sind zwei tot ja du hast die auf jeden Fall gehittet aber wir auch die werden wahrscheinlich aber uns auch ja das sehen wir jetzt ich kann schon durch da ist er okay dann musst du schnell reparieren ich komm jetzt auch oh ja ich hab viel Wasser ja ich komm ich komm lade 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 kann sein das Ladescreen zu lang ist dann gehen wir unter ja oh ja wir sind komplett wie unter Wasser also wirklich ich hör was rennen aber vielleicht kriegen wir es noch hin ja ich komm jetzt auch wir kriegen es hin wir kriegen es hin ja wir kriegen das hin bestimmt ne 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 wir sind untergerannt dann springt vorm Schiff wir gehen da rüber springt vorm Schiff mhm geh tauchen da ist schon einer im Wasser wir gehen auf pvp wir hatten eh nichts die sind vier die sind drei ne mhm ja ja geh nicht straight hoch geh auf der anderen Seite geh komplett runter Mila okay ich bin bei dir auf der anderen Seite geh jetzt hoch soll ich hoch gehen ja ja hier essen los 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 einer tot okay warte ich dann nach nimm die auseinander noch einer tot die sind alle tot Anker Anker die sind geankert die sind geankert holt euch essen aus holt euch essen ja die die sind wieder hier ist aber nur einer kann nur einer sein ja ja der ist tot holt euch Essen unten Essen unten Essen unten Essen unten und Munition holt euch Munition unten die spawnen unten die haben paar Schätze die haben paar Schätze ja 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 ist ok nimm die Schätze und schmeiß die über Bord wo sind die Schätze ach so hier ja ja ich hab ich glaub die spawnen oben versuch die über Bord zu schmeißen hab ich das waren die ganz unten ne weiß ich nicht kann sein guck mal ob die Branddinger haben aber einer ist wieder auf dem Boden aufpassen und runtergeplumpst gerade aber ich komm jetzt wieder der hat mich der hat mich ihr müsst zu zweit auf den drauf nein nicht mit dem Fleisch sag mal du dumme Kuh da ist noch einer ich bin tot ich bin auch tot ja ok dann haben sie uns fuck man wir hätten ich hätte ne Brandbomben eher gucken müssen schade wir haben das Schiff so gut eingenommen ich bin am fressen wie ne Irre warte ne da bringt nichts mehr wir spawnen jetzt woanders also Sorti du bist halt schade der ist mir hinterher geschwommen Mann ich hätte eher eine Brandbomben ich fand die schlecht im PvP so im Kampf gegeneinander ich hätte eher eine Brandbomben suchen müssen man fuck ey gar nicht schlimm oh gut oh gut ja scheiße ähm wir haben die aber auch weggemetzelt auch ja das mit den Dings hat schon wieder nicht funktioniert leider wollen wir jetzt looten und sowas alles damit wir ready für irgendeinen Kampf sind wir haben eigentlich genug Loot ja aber die äh so die Kugeln sind nicht genug und doch 50 Kugeln meinst du wir hätten dann wenn wir dann links hätten dann hätte das gereicht das mit dem Sprengfass hat einfach nicht funktioniert wieder ja leider mhm ja oh hier ist ein Weiboot warte mal vielleicht ist da was drin hier ist eine Lagerkiste hier sind zwei Lagerkiste ui ich hab mein ganzes Inventar noch ich hab dann alle Geisterkugeln geklaut ne hier komm dann lass mal hier die Looten gehen hier ist eine Lagerkiste bei mir nehmt die einer ja ich komm zu dir warte die kannst du aufs Boot schmeißen ich muss mit dem Boot eh nach oben ich bring die Holzkiste kurz rüber Brandbomben A und O wenn wir hätten das ganze Ding abfackeln können ich hab nicht geguckt ich ist idiot so Boot ist da können wir einmal leerrollen wir müssen looten gehen auf der Insel wo ist denn die Lagerkiste? hat Mila auf dem Schiff ähm ach da du sollst die mitnehmen ach so ok hab ich falsch verstanden ja hab ich falsch verstanden sorry ja Schneppekist so guck mal ich hab gutes Essen geklaut ich hab die Kiste kann losgehen in der Dingens Tier sind auch noch ein paar Sachen drin ein guter Boot können wir dann gleich leer machen ich hab keine Ahnung wie hoch DPI DPI ist 800 glaube ich noch aus Counter-Strike Dingens dann gehen wir jetzt wohl auf PvP ne scheiße Scherze ja ja aber ein Kekusch das schlanken finde ich ja gar nichts hier sind fester bei mir sollte links von dir ja ja ein win noch mindestens das lassen wir nicht auf uns sitzen hast du die links hier schon bei mir die nicht dass wir nur essen können hier ist auch essen ach hier kann man gar nicht rein also viel gibt es ja nicht auf der insel ne doch paar kugeln haben wir wir gehen jetzt gleich noch zum fort wir brauchen ja spreng ist ja wie gesagt im weibot in der natur sind ich glaube auch noch fast 15 kugeln oder so ich glaube wir haben schon durchgelootet ja da ist nichts mehr ist unser 4 ok dann lasst du einen fort aber weg vom sturm und immer wird davon aber was auch komm ich bin für den tollen ich habe ein glücksschwein mitgenommen wir taufen ihn explosionsfass ne wir taufen ihn benny und benny die brauche immer frische luft und offen aber gibt dir nur den scheiß bananen ein kugel ja warte gleich ich bin wieder noch das brot ich habe kurz schlange unten reingemacht links von äh rechts von uns ist eins da ja dann gib ihm bänken zu essen ja das ist kannibalismus das macht man nicht to strong deluxe dankeschön für den prime im zehnten mit diesem prime geht ein eis an mila und oma turtle mit vanille vermisst ihr bis in der p der wir oder sein hier der ist sowieso rp-süchtig älter nee also nö nee nee nicht so wirklich was unterscheidet rp von dem rp jetzt gerade machen allerhöchstens gutes rp vermisse ich ja du hast halt hier wie definierst du gutes rp? da mit den stories und so immer mhm du hast halt hier kontinuierlich irgendwas zu tun und action er kraken oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein das ist mein erster kraken ich habe angst ja wir haben nichts dafür warum ist er hier ein paar weiterverweiter einfach weiterfahren einfach weiterfahren geht das? hä? ja ja wir können weiterfahren aber wir sind sehr 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 langsam nicht äh nicht aufschlagen mit einem schweren der lässt uns gleich holen wir sinken ja weil er uns runter zieht ok er hat mich oh mein gott ich wurde gepasst ich wurde gepasst vom kraken ich kann nichts machen ich habe auch keine munition mehr ja ich eine eine noch warum ähm wenn es dir möglich ist und du siehst wo wir sind ähm guck dass du uns äh abschießt weißt du also die ich habe grad ganz andere probleme ok weil der säuft uns halt die ganze zeit unter bis wir sterben ähm ja ich habe kein wasser mehr äh kein essen mehr ich fress die ganze Zeit die rohe Schlange ist mir scheißegal hm ja kotz den voll ich geh direkt raus ich bin tot gleich du fickst mich nicht ne? ne du musst reparieren ok jetzt ich bin tot warum jetzt ein kraken mit sich ich verstehe es auch nicht ich verstehe es auch nicht immer dann wenn man ihn braucht normalerweise heißt es wenn mehrere Leute da sind die beschissen lass mich in Ruhe ja ich bin tot ich retz mich oh der lässt von mir ab glaub ich komm wieder komm wieder ja einer ähm pass auf ich reparier ich glaube wir schon alles repariert und ihr beide ja der wird weiter kaputt kommen ok dann schicken wir da was so gut das geht äh und ihr beide einen ballern wo sind denn unsere ganzen kugeln oben in der lagerkiste und nur normale kugeln und nur normale kugeln was anderes hat glaube ich nicht wirklich mehr Sinn so ich geh runter reparieren ihr macht das oh mein Schlang ist fertig hier noch mal ein paar Sachen getroffen getroffen du machst das schon die Lachen ich komm sofort wo laufen wir voll dahinten ich komme so dann kannst du jetzt nach oben ich kümmere mich weiter hier unten gehen getroffen getroffen jetzt getroffen jetzt getroffen er getroffen ey solange er uns nicht bemerken besiegt 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 komplet? ja oder? ne der ist verwundet nur und ein bisschen weiter wandern er hat uns hier auf der Seite Achtung Er kommt von einer anderen Seite. Ich brauche Unterstützung. Ich geh runter. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist, ne? Oh mein Gott, dieses Spiel ist harmbelebebar. Warte mal, wir fahren. Wir fahren. Ja, ja, wir fahren immer noch. Und du schießt nicht auf uns, du Penner-Skelett. Bye-bye. Hat der uns jetzt in Ruhe gelassen? Ja, ja, der hat uns in Ruhe gelassen. Also, das wär mein vierter Erfolg. Wo ist das vor? Links von uns. Ich komm hier nicht hinter zum Reparieren. Ah, jetzt. Scheiß Kragen, fick dich. Nein, das wär mein vierter Erfolg. Oh mein Gott, und wir steigen... Oh, von uns ist ein Boot! Den gehen wir crashen, oder? Was ist das? Gehen wir? Ja, rechts. Was ist das denn? Oh ja, rechts. Das sind die von gerade, oder? Eine Galleone. Eine Galleone. Das könnten die von vorne sein. Segel nach links vorne. Oh, wir crashen voll in die Reihen. Haben wir Dings? Haben wir Dings? Haben wir Dings? Äh, Feuerkugeln? Nein, haben wir nicht. Doch, wir haben Feuerkugeln. Feuerkugeln vielleicht, ja doch. Äh, da. Nicht viele, aber wir haben nicht. Egal, nehmt euch welche. Ui, 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 ui. Wir crashen voll in die Reihen, ne? Mhm. Werft das komplett nach... Nina, hast du die Essen wieder mitgenommen? Die sehen uns, die sehen uns. Wir sind auf dem Schiff. Los, Feuerkugeln! Oh, mit. Bye, boy! Bye, bye! Bye, bye! Einer ist drin. Einer ist unten bei unten. Oh mein Gott, wir sind irgendwo rein. Gras. Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Wir haben hier ein Loch. Fangen wir mal schnell dicht, bevor wir wieder ins Wasser... Wieso bist du tot? Ist da einer auf dem Schiff? Nee. Nee, ich hab den abgeknallt. Okay. Hallo, Mr. Lisa, Junge! Okay, und? Sind die schon vollgelaufen? Ich muss mich kurz orientieren. Ihr braucht mich nicht zu Experten im Chat, Alter. I don't give a damn, Junge. Ich will die Dinger einfach nur werfen. Außerdem machen die gut damit... Okay, das ist von mir. Hilfe! Ich komm. Wir treuen grad eh nur rein. Nein! Ah, der hat sich. Zwei Leute. Sind die bei uns? Ja, am Boot. Ja, ja. Aber die gehen unter. Die gehen unter. Die gehen unter jetzt langsam. Ja, und wir? Nein, wir nicht. Wir sind weiler. Die gehen unter. Einer von denen ist tot. Die laufen voll. Die steht hier bei mir. Nein, 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 nein. Ist der schlecht? Ei, 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 ei. Wie, how you doing? You good? Einen habe ich. Hui. Come here, Junge. Die eine ist jetzt wieder gekommen. ich bin ich bin auch gut aber die gehen unter sind sie dann noch am schiff ja ja die sind da dran aber dicken unter ich hab wir mal gefressen alter ich hab blitz getroffen junge wo ist er denn er ist auf der insel drauf er hat mich mit donnerbomben abgeworfen und ich dachte blitz habe ich Die waren nicht super mad oder so. Hallo, hört ihr zu? Ja, ich höre zu. Einer hat mich auf Donner mit Donnerbombe gespügt. Da lebt auf jeden Fall noch einer. Ja, ich höre ihn. Der labert hier. Ich glaube, der ist da im Wasser. Ja, da ist er. So? Okay. Hi, my friend. It's me, it's me, it's me. Hello. It's me, it's me, sagt er. Lizard. Gigi, gigi. Hello. Hi. So viel haben die aber. Der will uns wahrscheinlich ablecken. Sollen wir den abknallen? Mela? Nee, nee, ich bleib bei dem. Ich bleib in seinem Rücken. Du musst aber der Soil dir helfen. Wir müssen den abknallen. Da labert noch irgendwer. Habt ihr das gehört? Oder wir scheißen auf die und hauen ab. Und scheißen auf die Schätze. Das können wir auch machen. Ja, die Schätze wollten wir ja eh nicht sammeln. Eigentlich schon. Ihr könnt auch die Schätze sammeln und ich lenke die da. Verstehst du nicht, dass hier noch einer ist? Ja, okay. Hörst du nicht zu? Ja, okay. Hey, hey. Ich weiß halt nur nicht wo. Bei uns auf jeden Fall nicht drin. Ich guck mal eben, was die haben. Der ist ausgelockt. Einer ist ausgelockt davon. Lagerkiste mit bisschen Essen. Lagerkiste leer. Stab. Okay, ich nehm nicht. Ja, okay. Es gibt nur zwei Stäben und ne Lagerkiste. Ja, die sind auch ausgelockt. Ja, die sind auch ausgelockt. Wir sind voll auf. Wir sind voll auf. Es gibt nicht so viele toxische Spiele außer uns. Aber wir sind eigentlich auch nicht komplett toxisch. Nein. Also wenn die anderen nicht toxisch sind, dann bin ich auch nicht großartig toxic. Nur manchmal. Bein stürzt, glaub ich, gleich. Was? Äh, was? Jetzt? Hä? Wo ist unser Schiff hin? Wo ist unser Schiff hin? Danke, Gott. Danke, lieber Gott. Hast du gemerkt, Schiff weg einfach. 30 Euro, by the way. Oh, hinsloi. Oh, hinsloi. Ey, gut, dass wir Lagerkisten haben, ne? Ja, aber wo ist unser... Ja, aber wo ist unser... Okay, ich gehe zur Medienfrau. Oh, unser Schwein. Warte, haben wir eine Dingin? Bananafel? Kein Wurm. Ich habe Hunger. Scheiße. Explosionsfass hat Hunger. Wir sind an irgendeiner Insel. Why? Ich bin nicht untergegangen. Das Ding ist... Wo sind wir hier? Weißt du deine? Ja, könnt ihr mir das sagen? Ohne Schiff ist schwierig, mir. Äh. Weiß ich nicht. Könnt ihr das Deckertuch sein? Nee, nee, ich bin schon auf dem Schiff. Ich bin schon zum Hängenfall... Aber ich kann in den Sturm gehen. Steht halt nicht obendran? Warte, ich guck mal. Ich segel einfach in den Sturm. Die Leitern kann man übrigens hochspringen, ne? Unique. Ja, dazu heißt es ein Ding hier. Okay. Danke. Was denn? Ich habe ein bisschen Kunze bekommen. Bye. Wir sind beim Plunder Outpost, sagt der Biber. Plunder Outpost? Okay. Wahrscheinlich ist das Schimpf weggebackt, weil... Weiß nicht, frage Gott. Weil? Weil wir auf dem Land waren vielleicht. Ja, das ist ein klein. Vielleicht hat das Spiel... Äh... Vielleicht gab es keine Möglichkeit mehr, darunter zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Plunder Outpost. Ja, nee, ich bin beim Plunder Outpost, aber da ist nicht der Sturm. Aber okay, ich segel da hin. Kann man das hier nirgends vorlesen? Wir sind Ancient Spire, sagt der Chat. Ancient Spire? Ja. Wo? Jetzt. Okay. Ancient Spire. Ancient Spire, da muss ich nochmal gucken. Hacke, die pennen immer hier, oder? Wir hatten vorhin die übelst krasse Dinge, alle schlafen, aber ist nicht schlimm, ich bin ein neuer Sandmann. Bin gerade Ancient Spire. Okay, ich bin auf dem Weg dahin. Okay. Ich sag dir, wenn ich deinen Namen sehe. Ancient Spire würde auch passen, weil das am Sturm ist. Cool, Wand of Kicker? Was meinst du mit... Achso. Ich dachte, du meinst jetzt Kicker Where. Google sagt, the unicorn is of Ancient Spire. Ich dachte, das Ding heißt... Heißt immer gleich. Okay, das wusste ich nicht, dass die uniken Namen haben. Zur Info, ich hoffe, ich segel jetzt dahin, denn ich bin mitten im Sturm und weiß nicht, ich wohin nicht segel. Ja, bist du auf dem Weg zu uns. Okay. Ich seh dich schon. Ich hab hier so... Irgendwie hab ich so ein komisches Programm, da seh ich so Kästchen um dich herum. Achso. Okay. Hallo, Digga. Hallo. Oh nein, ich brenne, ich brenne. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Wir looten hier schon mal alle. Bin ich immer noch auf dem Weg, weil jetzt weiß ich gar nichts mehr? Ja, ja. Einfach geradeaus. Ah, da seh ich euch. Okay. Ah, Berg. Oh mein Gott. Go crazy. Der liebe Herrgott, danke schön für 6 Dollar. Danke für Schiff, Ersatz für Tinkerbäckchen. Nein, hier sind Löcher unten am Schiff. Ist egal, wir wissen aber, wo wir sind. Viel lieben Dank. Mila kriegt gar nichts hin, wenn sie besoffen ist. Nein, ich krieg nichts alleine hin. Die Solti kann sich zu dir telefonieren. Wie soll ich denn jetzt alles alleine machen? Solti, geh zur Meerjungfrau. Geh da hin. Okay, warte. Okay, jetzt komme ich raus aus dem Sturm. Ich setze Segel hoch. Die Meerjungfrau ist da vorne. Ja, ja, ich habe nur verstanden, dann mache ich das jetzt. Deswegen habe ich nochmal geguckt, wo du hinrennst. Guck mal, Solti, du kannst das so machen. Ja, ich bin da aber nicht gut drin. Lass uns ein bisschen ruhen. Danke, lieber Gott, für 6 Dollar. Inschallah. Hoffentlich gefällt dich unser Schiff. Hä? Geht auch nach links. Guten Tag, ich bin hier. Hallo. Kannst du die Löcher unten flicken? Äh, wenn hier unten Holz ist. Schweinchen. Mhm. Hier sind keine Löcher. Achso, okay. Das hat sich kurz so angehört. Außer, ich übersehe wieder irgendwo was Kleines. Warte mal. Doch, hier. Hinter dem Tisch da, die Scheiße. Hä? Ich bin, äh, äh, ich habe ein Ladescreen. Okay, that's weird. Dann warst du wohl verbuggt. Jetzt bin ich wieder da. Schweinchen. Schweinchen leckt an meinem Finger. Ich habe kein Popo gekratzt. Dann küssest du doch. Du bist Schweinchen. Sei nicht eifersüchtig, nur weil du zwei Pinnechen getrunken hast. Hahaha. Das sagst du. Ach, ich bin eifersüchtig? Ja. Mhm. Okay. Entschuldigung, dass ich eifersüchtig bin. Ab heute bin ich nie wieder eifersüchtig. Versprochen. Wir sind da. Die können mal verkaufen gehen, ja. Büger. Büger. Hallo. Buggli, Buggli. Also, was war unsere Mission? Wir wollten zu einem Fort eigentlich. Ja. Schießt euch ran. Ja, wir sind schon sehr nah dran. Wir sind da, ja. Oder schießt das Ding ran. Ich bin eine super Piratin. Hüggli. Wir müssen leider Crispy Bacon jetzt verkaufen. Weil der hat es nicht so gut auf unserem Schiff. Wir sind nämlich verrückt. Sack hab ich nicht perfekt geparkt. Sack hab ich nicht perfekt geparkt. Ja, das war nicht schlecht. Ja. Ohne Anker. Okay. Wo ist ein Fort? Das müssen wir jetzt gucken. Ich gucke erstmal die Kugel nach oben hier. Wollte ich gerade machen. Ich glaube, links die... Meinst du, es gibt Leute, die andauernd das Schiff selber versenken wieder, um das zu looten? Weil eigentlich springt das immer voll viel Loot, ne? Wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich ne... Wenn du mal schon schnell genug hinkommst. Holz bleibt unten. Jetzt so keins. Ich schwimme. Ja, wir haben jetzt 40 Holz hier oben. Können wir jetzt auch da drin lassen. Müssen wir nicht hin und her. Okay. Ja, dann sehen wir weiter, oder? Auf geht's. Äh, West... Südwesten? Sieht eigentlich so aus wie ein Fort. Aber da... Aber da ist der... Aber da ist der Sturm. Okay, ja gut, dann... Einfach Osten irgendwo. Osten sind wir aber am Rande der Map, ne? Dann gehen wir nach Nordwesten. Eigentlich sind Forz überall. Nordwesten ist Crook... Crook Mast, glaube ich. Eins. Oder Crook Mast... Auch eins. Crook Mast oder Crook Mast... Der Chat hat heute noch gar kein Tinker Päckchen. Oh. Und da Zucker rum. Die Crack'n's Fall ist einfach nur in der Insel. Außenposten, Außenposten. Ich glaube, diese Forz sind gar nicht markiert, Mila. Ja, aber du kannst sie so grob erkennen. Ich geh jetzt einfach Nordwest. Okay. Banana! Sollte, bist du morgen auch da? Hm, weiß ich nicht. Und dann könnten wir eigentlich... Ruhig gucken. ...dass rote Leuchten holen. Die Mila kann uns teachen, was wir machen müssen. Ruhig, spontan gucken wir mal hier. Dann fahren wir jetzt erstmal the Crook Mast. Vielleicht gibt's da was. Das ist Nord-Nordwest. Hier vor uns ist, glaube ich, eins links. Warte, ich muss meine Schwester jetzt haben. Vor uns links nicht. Das Shipwreck Bay. Shipwreck Bay ist kein Forge. Ähm, viel weiter nach Norden. Viel weiter Richtung Norden müssen wir. Eigentlich jetzt straight Norden. Oh my God. Ja, ja, ich link's schon ein. Mila, bist du wieder oben? Nee, ne? Nee, nee, ich bin unten. Soll ich hochkommen? Brauchst du mich? Nee. Nee, also wenn Curtis jetzt genau so bleibt, dann haben wir keinen Felsen. Hoffe ich. Ich sehe halt nix. Die Säge müssen nach rechts. Ja, ja, ich mach schon. Na links. Na links. Ja, ein kleines Mögen noch nach links oder rechts. Und das Ballast oder gegen. Okay, dies. Aber wir müssen eh hier raus aus dem Burkangebiet, weil hier sind nie Leute. Auf der Karte irgendeiner mit P4P-Gekennzeichen? Ähm. Nee. Keiner. Norden, Norden, Norden. Nee, ich geh grad weg, weil wir sind hier in den Burkangebiet, Mila. Müsst du mal anders gehen. Dann. Nein. Dann fahr, äh, West-Süd-West. Also Süd-West-West, dann sollten wir zum Lost Goat Fort irgendwann kommen. Hier nicht liegen. Echt sein. Moin, Moin, Moisli. Wir stoßen gleich auf ne Insel. Oh, das geht so. Da hinten ist da eins. Hm, da ist ein Vorhund links. Also was heißt links, ähm... Ja, links. Süd-Süd-Osten. Ja, Süd-Süd-Osten. Süd-Süd-Osten. Ja, Süd-Süd-Osten. Süd-Süd-Osten ist ein Außenposten, aber kein Fort. Ist das kein? Doch. Das ist Außenposten, Ancient Spire, wo wir gerade waren. Oder wenn wir jetzt nur Süden fahren, dann fahren wir zu Kraus, äh... Ich glaube aber schon, dass da ein Fort ist. Ja, wenn wir jetzt weiterhin einfach nur in Süden fahren, dann ist da ein Fort, glaube ich. Mila, die links ist direkt eins. Komm hoch. Ja, ich weiß nicht, wo links ist. Ja, guck, guck einfach. Süd-Osten. Guck, Frau, sie schweigen drauf zu. Ja, ja, das ist ein Fort, okay. Mach Segel hoch, bitte. Mhm, ich bin dabei. Das hintere noch nicht. Das hintere können wir auf halb machen. Längst kommt ein Geisterschiff. Da hat, glaube ich, einer einen Schäden in der Flasche. Oh mein Gott, der kommt direkt auf uns zu. Warum denn immer? Hm. Kannst runtergehen, Zolltas. Das ist nur eine Schaluppe, in Anführungsstrichen. Ja, warte, ich will die Lagerkiste mitnehmen. Kannst du noch anderen Stuff finden? Dann haben wir aber keine, wenn die uns jetzt angreift, ne? Aber die... Wir haben keine Kugeln dann hier, ne? Ich kann nix machen. Und die kommt zu nah an der Insel. Die kommt, die kommt. Guck doch. Du musst rüberkommen wieder mit den Kugeln. Ja. Bin unterwegs. Was machst du da, Mila? Ich schwimm da hin jetzt mit nem Sprengfass. Ja, aber das bringt nix. Äh, doch. Okay. Wenn die nicht wegschwimmen, dann bringt das was. Weil die schießen nicht auf mich. Seit wann fahren die denn so extrem nah an die Inseln rum? Machen die immer. Wir halten da kurz und dann fahren die wieder weiter. Warte, ich zieh bis hin nach rechts. Wenn wir mal schießen. Wenn ihr die noch nicht beschießt, dann schaffe ich die mit nem Sprengfass. Okay. Sag, wenn du schießen könntest, sollte ich. Na, dauert noch ein bisschen. Äh. Immer noch nicht. Nur jetzt. Nicht schießen. Ich bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Ja, ich hab jetzt Musik. Ich treff die jetzt. Komms. Jetzt könnt ihr schießen. Okay, ich glaub, wir werden. Ja, ich kann schon wieder nicht treffen. Ich glaub, das reicht. Das reicht auch. Ja, wenn die nicht reparieren, ne? Aber ich will da jetzt auch nicht rüberhüpfen, solange Mila tot ist. Ich bin schmutzig. So, ich komm jetzt wieder. So, was sind die? Ah, die gehen schon unter. Natürlich gehen die unter. Ja, sehr schön. Ich glaub, wir haben 20 Kugeln. Bist du, äh, deine komplett losgeworden? Nee, 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 das hat schon Zeit. Ja, ihr könnt... Das ist halt so OP, ne? Ich geh weiter nach Sprengfessern. Ja, geh weiter. Du kannst jetzt die Lagerkiste mitnehmen. Ich schwung rüber, doch. Nee, dann nehm ich die andere mit, da, wo das Essen drin ist. Ja, oder so. Falls irgendwas ist, dann hast du zumindest die Kiste noch da. Oh, das Boot. Hallo, Joko, hallo, Bulwai, hallo, hallo, was geht, hallo? Was machen, Chat? Müde? Ich hab Hunger. Schon wieder halb zwölf gleich. Hast du überhaupt irgendwas gegessen heute schon? Ich hab heute schon ein bisschen was gegessen, ja. Die Stress von gestern tue ich mir nicht noch mal. Das ist doch schon mal was. Hast du schon was gegessen, Mila? Ja, Kuchen. Ja, Käsekuchen. Und Erdbeerkuchen. Erdbeerbläde. Und Schnaps, das stimmt. Okay, das ist wohl fast mal da in der Mitte. Also für PvP haben wir jetzt auf jeden Fall auch, wenn wir hier durch sind, genug Kugeln und so. Vielleicht hier an dem See dahinten. Ich hab da ne Schnaps, ne Schnaps, ne Schnapskiste. Du hörst, Mila, hier am, am, dem, dein See hab ich noch eine hingestellt. Und hier ist auch noch ein. Ja. 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 Lalalalalalalalalalalala Oh mein Gott, Hilfe! Was machst du? Ich bin vom Schiff runtergeflogen weil ich besoffen bin. Ich glaub, das war's auch noch. Ja, ich bin jetzt noch in diesem Holzding da, wo der Raids uns ist. Ist da irgendwo ein Beiboot? Ja. Wart ihr auf den Towern? Das kriegen wir hier nicht raus. Oh, hier ist noch eins. Wart ihr auf den Towern drauf? Äh, ja. Äh, nicht auf den Drumrum, nur auf den Großen in der Mitte von der Innen. Okay, weil hier ist noch ein Cheeseburger Pass. Ähm, kann das einer abholen? Ich hab doch die Lagerkiste dabei. Ja, ich hol's gleich. Warte, ich guck eben wo du bist. Da, okay. Ganz oben. Also auf den Außenstehenden war noch keiner. Mhm. Weil da sind halt auch mal welche, ne? Ich hab's da mal gesagt. Verfuckt. Wow. Oh, sollen wir die Shats jetzt echt noch holen? Oder nur mal für ein Schiff gehen? Wir können auch noch mal für ein Schiff gehen. Weil ich hab jetzt keinen Bock jetzt drauf. Ah, wir können die gleich holen. Aber da müssen wir uns jetzt beeilen, weil die sinken gleich. Aua. Der wird mich wahrscheinlich töten. Ja, Cheese-Pulver haben wir genug hier. Na, ich guck hier nochmal. Und dann war's das. Aber ist das schon drauf? Ne. Du sagst, man kann halt einfach hinschießen, ne? Ja. Oh mein Gott, ich dachte schon, das wir anziehen. Ich komme. Bums. Ja, ja. Natürlich kommt nur ein Sieg. Entweder ein Sieg oder ein Niederland. Mal gucken. Hä? Oh mein Gott, ich wurde von irgendwas getroffen. Meerjungfrauen. Von der Meerjungfrau. Ey, zum Glück nicht auf'm Schießfass, ey. Das wär's jetzt noch gewesen. Ja, ne. Ja, ne. Verpisst dich hier. Bis durch. Ich hasse diese Dinger, alter. Oh. Oh, wir wächst ins Server. Oh. Blit. Aber dann könnte das jetzt schon wieder voll sein, ne? Ja. Rein theoretisch schon, ja. Ja. Aber wir haben noch welche mitnehmen. Aber die Schätze sind jetzt weg. Ich will die, äh, die Dings, die Sprengfässer jetzt nicht hochholen, solange die Mengenfrauen da sind. Ja, wir hauen noch grad ab. Ne, wir haben noch Not. Ah, ne. Die Schätze sind noch da. Ne, eigentlich Dingspont ist auch nicht. Banana. Banana. kann mal einer nach links steuern kurz bisschen links oder hart links naja die schätze sind links das müsste reichen lagerkiste und den nehmen wir auch noch mit so wohin meine kina ist ich schaue mal ob wir irgendjemanden auf der karte haben wir haben niemanden auf der karte allein macht das spiel bestimmt keinen spaß doch du bist alleine mit einer schnallüppe unterwegs und du musst halt nur den horizont beobachten sobald du irgendwelche segel siehst und sagst ja ich will kein pvp machen fährst du damit einfach entgegen wird und keiner kann ich kriegen man kann dich schon kriegen ja aber da muss du echt also wir haben auch schon schalüppen bekommen und wieder komplett aber doch kannst du warte gut machen kannst solo ist du beobachtest andere schiffe und dann sneaks du dich auf deren schiff drauf und versteckt sich da oben und dann sind auch diese ketten geschosse sehr wichtig dass man die auf die segel schießt kann segel unten runter machen vorne ja und du kannst halt öffentliche lobbies auch beitreten das geht schon also ich habe auch schon ein paar runden solo hinter mir da gehe ich dann aber nicht auf schatzdings oder so sondern versuche ich mich an bord zu schleichen wenn die verkaufen und höre denen zu wie die reden und was die machen und wenn die gelegenheit gut ist dann nehme ich die alle auseinander gestern der heute mittag zum beispiel habe ich kurz eingeloggt alleine und wollte diesen sprung die ganze zeit üben da haben die mein schiff versenkt jungen da habe ich die mit brandpumpen zerfetzt habe ich im discord gepostet bei uns zwei master stehe komplett auseinander genommen drei leute weil hand auf herz es sind halt nicht so es gibt richtig gute leute hier in dem spiel aber die meisten wollen halt ehrlich einfach nur ein bisschen da sein so ja also die richtig krassen leute die sind auch eher so in arena als gestern zum beispiel gestern wo man von der schalippe auseinander genommen und wo ist louis und seinem kumpel amazon prime alter wir haben uns komplett zerrissen ich will nicht wieder in das gebiet eigentlich wir fahren da hinten mal zu diesem raid und das ist ja bei weitem nicht alles was ich jetzt hier gerade zeig von dem spiel du kannst hier archiv mensolen gehen du kannst hier skins erspielen du kannst alles mögliche machen es gibt eine story die du spielen kannst okay 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 wenn du dich mal siehst sagt mir ja ja ich guck ja wir haben die story den ersten teil davon gespielt als das released wurde aber da war das so scheiße verpackt das hat keinen spaß gemacht aber wir werden bestimmt mal die tage mal gucken ja nila muss uns erstmal zeigen wie man das rote glühen kommt mhm das nur dreimal einen jump run machen dauert trotzdem zwei stunden ne ja weil du hin und her segeln musst und mit dieser wellen berechnung dauert das schon gut zwei stunden ochis louis ochis louis hilf ne pc und xbox ich glaube das gibt es mittlerweile auch für die playstation spiel doch ww warum sich ww spielen oder ich könnte am sonntag cool zeigen tdc raid mit engländern und irgendwie aber das ist halt einfach weiß nicht im ww passiert nichts gibt es noch nicht auf ps4 ich sehe gar nichts ne du sagst ja ja es wird auch nicht für playstation raum ist ein microsoft äh publisch da runtergefallen ne das ist doch microsoft publisch äh du jetzt ja ja ich sehe das wo gehst du gerade ok ich würde zu dem raid da hinten weil ich glaube nicht dass wir jetzt noch welche treffen wenn der server gleich schon gerade schon leer gegangen ist so der muss schon wieder halb zwölf man boah phones der sind firme fuck ein neun sammelschwein joo ho ho gleich ist die wuß ho 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 jahr nöööo wha shawrihai das game ist von xbox Studio ärgere aber xbox ist von microsoft ne jaja jaja soraal ich weiß da ja ja .\par oh mein gott wirziegen direkt in den sturm oder kann sein dass sich da eventuell einer bildet aber bisher noch nicht ich sag Conor McGregor kämpft heute und ich hab gefällt gegen welchen youtuber ich glaub schon dann erst recht dahin ja ja genau wegen schiffe ab 4 Uhr geht Bruder da penne ich schon Alter kannst vergessen obwohl ich war gestern auch glaub ich bis 4 Uhr war naja Ami Zeiten halt ne aber vielleicht bin ich mal vielleicht komm ich mit der Dauer hör mir auf mit Superbowl Alter wir gehen mal kurz im Mund auf obwohl letzter Superbowl weißt du noch den Superbowl den wir zusammen geguckt haben alle? ja sehr warm Hallo Ami, wie geht's gut und wie geht's dir? ne da kannten wir uns glaub ich noch gar nicht Mila ok beim letzten wir haben doch wir haben auch schon eins zusammen geguckt letztes Jahr oder? ne ja doch doch ich hab nichts geschaut mit dir haben wir keinen Superbowl geguckt? ne eigentlich gucken wir das immer im Teamsweg alle ne ne hier ist nix da hast du dich mit deinem japanischen Whisky besoffen ja japanisch? chinesisch? weiß ich gar nicht japanisch hibiki harmonie hab ich sogar nur hier stehen eine halbe Flasche hab ich schon echt lange nichts mehr getrunken bestens mein Freund hat folgt mich hm sieht echt mau aus du müsstest weiter nach rechts weil jetzt drehst du ab und kurz ich bin müde ich brauche gleich die Kette schon wieder hier sechs Stunden ohne Rauchen grauenhaft ja ich glaub hier ist nix denk dran die Welt sieht man über die ganze Karte wie weit ist die Karte noch 30? kannst du kurz gucken? bitte wann ich das aktiv spiele seit einer Woche oder so wenn doch überhaupt du drehst wieder ab ne in meinem Urlaub doch schon seit zwei Wochen oder so bevor deine Stimme zu hören aber wenn ich momentan echt wenig Zeit bin äh das ist nicht schlimm ich lass ja immer view die an für alle sind die Raids nicht immer im Nordosten? ne die sind überall ne die sind überall aber jetzt drehst du weg vom Raid? ja ich will wie ne da ist doch nix sonst hätten wir das schon gesehen ja gut ich glaub allgemein das Gebiet hier ist kacke ja alles was Richtung der Brand geht ist halt doof ja oh jetzt da eine Insel eine Insel oh 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 oho ah hier gucke Ja, aber... Das ist also doch noch wer. Ich dachte schon wieder... Rot heißt immer aktiver Raid, ne? Nee, rot heißt ist ein schwerer Raid. Achso, ich dachte, rot heißt immer, da ist eine zu Gange. Nee, nee. Wir fahren jetzt halt den selben Weg zurück, wie wir dahin gefahren sind. Ich will wieder ins Zellere-Gebiet. Ich glaube, hier haben die meisten auch Angst. Jetzt einfach Montag, Mila, ins Büro. Das hält niemanden auf. Dann musst du nach Westen. Nach Westen? Warum? Hm, weil dann fährst du quasi von uns rechts. Da müssen die Segel aber nach rechts. Chat ist immer müde. Ich bin ein Versandmann. Oh mein Gott. Hallo. 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 Bist du jetzt erst wieder da? Ja. Hast du Mario gezackt? Ja. Aber meine Schwester nicht mehr, ne? Nee. Ja, der hat sich jetzt aufgetan, hat man alle aufgehört, aber ich hab nur so ein bisschen gechillt. Ich muss schon sagen, die ist ja gar nicht zu Hause. Boah, Johnny, wir haben heute schon wieder was erlebt in der Piratenbombe. Erzähl. Wir haben einen Zweimaster gejagt. Bestimmt eine halbe Stunde lang. Die haben erst gegen so Piratenschiffe gekämpft, ne? Und als ihr uns gesehen habt, sind die sofort geflüchtet. Und wir uns die ganze Zeit schon am aufregen. Warum flüchten die? Warum kämpfen die nicht gegen uns und so? Ja. Und dann kommen auf einmal zwei Piratenschiffe aus dem Boden und jagen die auch mit. Und dann haben wir die so weggeknallt, ne? Dann wurden wir von den zwei Piratenschiffen die ganze Zeit verfolgt. Mila und Zolti haben das Boot gemacht. Ihr habt einen Zweimaster, ne? Ja. Aber ich glaube, wir machen gleich Ehe. Wir suchen gerade nur das letzte Schiff, damit wir das versenken können. Und dann ist eh vorbei. Für heute. Ich mache Schaluppe dann alleine. Machst du Schaluppe alleine? Ja. Okay. Ja, wenn du Bock hast, Alter, du bist immer herzlich willkommen. Wir gehen auf jeden Fall auf Piratenlegende noch. Ja, ich will auch Piratenlegende gehen, aber ich will auch ein bisschen so die Story mal ein bisschen durch. Ja, die können wir eigentlich auch mal zocken, Alter. Den ersten Teil haben wir ja schon. Ja, ich muss halt weiter, Mann. Ich will auch die ganzen Sachen davon haben. Ja, me too, me too. Ich will hier gefürchtet sein. Jeder soll meinen Namen kennen. Big Pips, jo. Aber ihr macht jetzt Ende, ne? Wir suchen gerade nur ein Schiff, ob wir noch versenken können. Sollen wir nicht die zweiten Teile von der Quest machen jetzt noch zusammen? Nee, Bruder. Sechs Stunden schon. Ich habe Hunger. Es ist halb zwölf. Ja, und? Es ist spät schon. Achso, ich dachte schon. Müsste, ich will nicht mehr so lange. Na egal, ich spiele jetzt dann. Ich mache ein bisschen Abenteuer. Ich dachte schon, du meins jetzt ist es halb zwölf. Ich meine, ihr könnt gerne zocken, wenn ihr noch wollt. Okay, ich bin dann raus. Bin jetzt schon arsig müde. Finden halt nix. Notfall springen wir uns dann halt selber hoch. Du warst so spät, heute ist Samstag. Ja. Aber trotzdem spät. Ich möchte gerne meinen Schlafhütten was dabei behalten. Ich höre irgendwas. Ich möchte das vergleichen. Das war Gifis Mulla. Diese Walgeräusche. Raken kommt. Das letzte Mal, wo ich höre. Nee, nee, das hört sich anders an. Nee. Äh. Äh. Absolut niemanden. Das ist voll beruhigend, ne? Dieses Meer und so. Das Knacken von den Brettern und so. Das haben die echt gut gemacht. Und das Wasser, Alter. Ja. Wasser ist krass. Wir sind seit sechseinhalb Stunden oder so im Zocken schon. Ich habe tatsächlich auch Schwierigkeiten jetzt in so einem Wasser zu tauchen, ne? In dem Spiel. Da wird mir ja ganz anders. Ja, 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 ja. Ich kann auch annehmen. Das ist mir zu dunkel. Ich bin sehr krank da. Nee, sehr krank nicht. Da habe ich gar kein Problem. Außer das wackelt halt so doll, dass du fast vom Boot fällst. So, aber nee, weil das so tief ist und so dunkel und keine Ahnung. Ja, und? Äh. Meinst du, was soll denn da passieren? Ja, natürlich passiert das nicht. Das ist ein Spiel, aber ich kann das halt nicht haben. Ich kann jetzt auch nicht, ähm, jetzt diese YouTube-Videos. Würdest du im echten Leben jetzt hier reinspringen? Nee. Niemals. Warum? Warum wird das da Angst? Meer. Ja, Meer ist doch schön. Ich kann nicht von. Ja. Wenn ich bis zur Hüfte drinstehe vielleicht, aber nee. Gibt es so diese Fotos und Videos mit diesen riesig großen, äh, Haien und so, wo dann so ein Mensch da so reingephotoshoppt wurde und so? Alter, ich scheiß mir fast so die Hose, wenn ich sowas sehe. Echt? Oder diese riesig großen Schifffracks unter Wasser oder Atlantis oder so. Oh, guck mal hier links. Ist das eine, äh, Spielerschalubel oder? Nee, Geister. Oh, Mann, ey. Ich hab Musik. Und Feuerwehr. Ich muss gucken, ob wir, ob wir vielleicht um seinem Server sind. Da, Tü. Da, Tü. Da, Tü. Man weiß nicht, was Untime ist, ja. Ey. Nee, das dachte ich ja vorhin schon, sobald, weil ich nicht mit den Füßen mehr auf den Boden kommen, dass das Wasser richtig kalt wird. Was willst du? An eine Karte einmal gehen? Ja, warte. Nee, ich bin oben. Guck mal, es gibt einen Außenposten, da ist Deggertooth. Ja. Mach doch einfach, äh, mach doch PvP-Fahne an. Ja, warte, Nordwest ist davon, ist einer mit einer PvP-Flagge. Neben Kraken Watchtower. Guck mal, stimmt das? Nee. Und es ist keiner mit PvP. Oh, Katze, verstehe. Baby Lobby ist so glücklich, ey. Mann. Aber auf so einen Tag Allianz hätte ich auch mal Bock, Alter. Muss mal gucken, wie die das immer organisieren in den Discords. Irgendeiner hat es vorhin reingeschrieben. Ja, ja, ich weiß, das hab ich gelesen. Aber ich, aber obwohl, ich finde, das nimmt auch voll den Flavor weg, ne? Weil wenn du selber Schätze herangehst und so, du weißt nie, einer greift dich an. Und blablabla, so, das ist halt der Kick dabei. Vor allem, wenn du voll viel gebunkert hast, ist das der Kick, wenn ich wirklich angreifen. Ja, obwohl ich bei dem Spiel tatsächlich überhaupt kein Lutgerer bin, ne? Also wenn es untergeht, dann geht es unter, dann stürfe ich gar nicht. Ja, aber man kann in dem wenigstens versuchen. Ja, ja, natürlich. Ja, Allianz ist halt, der ja klar zum Fahren ist das. Aber ist halt der PvP-Aspekt ist dann weg. Ja, es gibt auch nicht so viele Schiffe, die zusammen mit dir in Zauber sind. Verlassophobie, ja, ich hab aber auch einige Phobie. Weißt du, was ich nicht abkann? Es gab im Internet, das gibt halt immer noch, es gibt noch einen Begriff dafür, auch eine Phobie. Vor Löcher. Es gab mal so ein ganz ekliges Spiel bei Facebook. Da stand irgendwie, wenn du die Hautcreme benutzt, passiert dir das? Und der hatte in dieser Hand diese Löcher. Junge, wenn ich da heute noch dran denke, ich krieg Gänsehaut. Ja, kenn ich, hab ich auch mich voll vorgehekelt. Ganz komplett surreal so. Ich krieg ne Panikattacke, wenn ich ne Spinne sehe. Das hab ich auch nicht. Und in meinen Abstellraum lebe Spinne und deswegen geh ich da nicht mehr rein. Was hast du gesagt, du könntest hier in die Fresse hinschlagen? Ich könnte, ich hab Müsophonie, ich könnte jenen, die die Fresse, Phobie, oder wie auch immer das heißt. Ne, nicht Phobie, Phobie. Wenn jemand schmatzt oder mit dem Besteck die Zähne berührt oder mit dem Kuli tippt oder mit dem Bein wackelt. Teller quietschen, ja man. Oder ne Schule mit der Tafel immer. Meine Eltern haben so Teller, da quietscht alles, wenn du mit der Gabel drüber gehst. Da musst du nicht mal doll drüber gehen oder sonst was. Das quietscht einfach. Und ich, oh, ich krieg da so ne Gänsehaut. So Ikea-Teller sind. So ganz schlimme. Weißt du, das auch brutal eklig ist? Was denn? Wenn du abspülst und so Reste essen, nasses Reste essen, dich berührt. Wie? Reste essen? Ja, also wenn du so ein ganz kleines bisschen Essen da draufst, auf dem Teller oder so. Ja. Du spülst das ab und das berührt dich. Ach so. Oh mein Gott. Deswegen hab ich ne Geschirrspülmaschine. Sieh auch. Also meine eigene Bude zu putzen, immer Handschuhe an. Auch wenn es nur mein Dreck ist. Aber trotzdem, ich find das so eklig. Ich glaub, Mädels, wir haben kein Glück mehr. Da weiß ich nicht, wo die alle sind. Ich glaub auch. Wollen wir einfach unser Schiff hochspringen? Ja, was wenn dann mit R gleich? Ja, ja. R Jäger? Egal, ich bin zufrieden. Das war der eine Fight mit den Piratenschiffen zusammen. Das war halt schon wieder Highlight für mich. Ich hab das Gefühl auch, wir drehen uns im Kreis. Nee, wir kamen grad aus der Richtung. Guck mal hinter uns. Ja, aber hier ist doch wieder ein Map Ende. Echt? Hier ist nur noch der Horchzeit. Boah, ich dachte, die Palme, Mann. Hier tun wir tatsächlich nicht. Schlaf gut, da wünsche ich. Schlaf gut. Ja, ja, wenn wir weiter Süden fahren, dann ist Ende der Map. Guck mal, dann halt mal hier links. Ich kann kein Obst mehr essen, sobald das auch nur kleinste braune Flecken hat. Das finde ich nicht so schlimm. Was ich schlimmer finde, ist, wenn du Milch benutzt, so für Cornflakes oder so. Und dann zwei Tage später dir wieder Cornflakes machst. Ich hab da so ganz schlechte Erfahrungen mit. Mit der Milch? Ja, ja, ich denke mal, dann ist die schlecht. Die schießen auch für uns? Nö, wenn du die haltbare Vollmilch brauchst du nicht. Ja, aber trotzdem. Die läuft, glaube ich, innerhalb von einem Monat. Ich hab als kleiner Junge halt einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hatte übelst Bock auf Cornflakes, hab mir so eine Schüssel gemacht und dann tu ich die Milch da und dann kommen da so ein Brocken raus. Und dann hab ich mir einfach gedacht, jo, fuck die shit am Haus. Kannst du machen. Oder wollen wir dagegen? Na, ankern. Wir sind hier teilweise so eklig in der haltbare Milch. Die Katze offen steht, also nicht offen, aber geöffnet und wieder zu. Anker, 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 Anker. Ja, ich dachte, Mila macht Anker. Nee, nee, ich bin hier oben. Ach so, ja. Dann will ich jetzt einmal sehen, wie das von außen aussieht, wenn ihr das Schiff sprengt von unten. Das macht einfach nur... Ich stelle hier eins hin. Wir machen Domino Day. Ja, oder so. Tut mal alle runter. Ach, weißt du was, Mila, schmeißt die einfach runter. Könnt auch Boot aufgeben. Ach ja, aber ich will das einmal sehen, wie das aussieht. Weil meistens ist das in den Kämpfen immer so hektisch. Willst du die unten komplett verteilen? Mach einfach überall so ein bisschen die Reihen nach. Auch oben. Ich kann dann von hier oben, kann ich drauf schießen. Okay, das war's schon. Okay, sterb jetzt. Kannst du mich wieder beleben? Ihr könnt doch unten ein... Oh ja. Ich glaube nicht, dass das so eine Kettenreaktion gibt, ne? Nee, nee, letztendlich gehen alle gleichzeitig hoch. Aber ich mach trotzdem hier noch eins hin. Warten, hast du das jetzt unten reingemacht? Drei sind jetzt unten. Ja, aber die gehen doch nicht alle hoch, oder? Doch, doch, die gehen alle hoch. Quatsch. Und hier noch eins hoch. So, ich kann von hier oben drauf schießen. Wetter hoch und schießt drauf. Die guckt dir das an. Ja, gut. Wenn nicht, äh... Wo bist du denn? Aufgeben, mach es doch noch besser. Was meinst du damit, Bruder? Es ist Ende jetzt. Platz. Oh. Oh mein Gott. Wenn du aufgeben machst, dann geht der einfach unter das Schatzschuss. Ich will das ja so brennen sehen. Ja, ja. Boah, wie schnell das sinkt, ne? Mhm. Mhm. Weißt du jetzt, wenn ich meine, was blocken muss? Oh, wir brauchen eine Trommel. Mila ist zu weit weg. Oh, wir brauchen Schätze dabei. Oh, wir brauchen Schätze dabei. Lagerkisten. Ja. Stimmt. Ne, wir... Ja, ja. Das ist die vom Geisterschiff. Stimmt. Oh, ja. Mit sich. Wie bist du einfach da? Da macht es halt so Bock, ne? Mit dem Schwert und dem Springen. Oh, ich will von da oben runter springen. Ja, gut. Hat Spaß gemacht. Der eine Fight hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Kriegst du auch mit mir runter? Ja. Ich auch. Komm! Dass ich unter Wasser kreifen kann, ne? Komm, komm, komm. Bye-bye. Mila! Mila! Ich würde die Schlange in der Luft sprengen. So. Pass auf. Mach jetzt Klapper. Oh. Hose, was für eine Hose? Seid ihr? Oh, da oben ist ein Schatz. Ich muss doch Jack and Rose killen. Wer ist Jack and Rose? Äh, von Peter. Ach so. Äh, Titan. Eck. Bin dann im Falschen. Mila, keine Musik, bitte. Ich hab ein richtig gutes Lied drin. Keine Musik, Mila. Komm, tanzen hier. Nee, was angeles. Titanic. Titanic. War wieder mal ein wunderschöner Tag, Schütt. Bye-bye. Äh. Wir werden angegriffen. Fick die weg! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bye-bye. Bye-bye. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bye-bye. Also, ich hatte Spaß. Bye-bye. Boah, eigentlich schon, ne? Wäre ich jetzt abnehmen, würde ich es regnen lassen. Bye-bye. Wir gucken gleich Titanic, Mila. Jack. Jack. Auf diesem fünf Meter großen Brett ist kein Platz für uns beide. du musst leider sterben, Jack. Der Psychiatrist. Dankeschön noch für den Reserv im Zehnten von der Stunde, Bruder. Sorry. und Arterius Biohazard Too Strong. Dankeschön. Bye-bye, Chat. Gute Nacht. Bis nachher. Tschüss. Schlaf gut. Bye-bye. Bye-bye. Nimmt euch noch ein Tinkerpättchen und dann geht's ab in eine Haie-Pommes. Bye-bye, Chat. Bye-bye. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.